Normalerweise wäre dieser Ball im Aus. Flohe. Kornhoff. Höchstenbein. Flohe. Congrat. Er hat eine trockene Stelle gefunden vor Bayern Gegner. Gründlichkeit. Stimpfen Sie nicht, meine Damen und Herren. Ich bin heute ein Spieler über dem Ball schlägt, wenn sein Pass nicht ankommt. Das ist uns nicht bekannt, dass wir sie aus dieser Region erkennen können. Der Freier. Blitzschnell im Nachgreifen die Situation gemacht haben. Die Mexikaner, meine Damen und Herren, haben zuletzt gute Resultate erzielt. Große Möglichkeit zum Tor. Der Meier. Und Mittelamerikas Sohn ist das und keiner bleibt. Aber Meier diesmal schneller als der Torschütze von eben. Und nun also wahrscheinlich Rainer Bonhoff. große Diskussion im Strafraum. War es Two oder nicht. Hier haben wir noch einmal die Wiederholung. Und da sah der Tietziger offenbar einen Angriff auf den Vorwart. Die Gemeindebüro fährt den Ball nicht unter Kontrolle.